Die Grenzsicherung, das ist eine unserer Erwartungen, die wir für den Europäischen Rat mithaben, dass eben Grenzen bewacht werden müssen und dass auch zur Ehrlichkeit dazugehört, dass an Grenzen auch Nein gesagt wird, wenn Menschen ohne Visum und ohne Flüchtlingshintergrund kommen. Das hat der Minister Kenders und auch der Kommissar Avramopoulos über die Geschichte der 10.000 Kinder. Es ist möglich, dass niemand darüber spricht, niemand denkt darüber. Wir denken an das Gefahr. Warum? Warum haben die Gefahr, die Gefahr, die Profüge? Warum? 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 Let's be honest, we Belgien, we know that we are dwarfs, but maybe they're going to know it also. And at the other hand, Europe without Great Britain doesn't count, is not a counterweight against China, against Russia, against the United States, against America. It's in fact Putin, Mr. Kamal, who wins in this game in the end, because Putin likes a divided Europe. I've always said, I wanted the UK to remain a member of the European Union on the basis of a fair deal. The settlement that has been proposed is fair for the UK and fair for the other 27 member states. Die Idee der Sozialen Union wird begraben. Das ist für mich eindeutig nach dem, was ich hier gelesen habe. Das ist kein Kompromiss, der angeboten worden ist, sondern das ist der Kniefall vor der London City. Das muss da in der Forderungslinie von Herrn Kamerun. Er versucht für Großbritannien einen unglaublich großen Einfluss, auch durch Vetorechte, auf die europäische Entscheidungsfindung zu nehmen. Und gleichzeitig will er maximale Ausnahmen für sich weiter garantiert sehen. L'obiezione doveva raggiungere la maggioranza qualificata, quindi la metà più uno degli aventi diritto al voto, e quindi l'obiezione è stata respinta. Il Parlamento ha ritenuto che questa proposta non fosse accettabile, non perché non prendesse in esame o non considerasse abbastanza importante il Parlamento, ma semplicemente perché i tempi richiesti da una procedura con legislativa ordinaria sono tempi eccessivamente lunghi per quelli che riteniamo invece necessari in questo caso. Let's now gather our wits and strengths, leave behind the indecision, finger-pointing and ducking of responsibility. The choice is ours.